Musik 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 Als erstes vor dem Training gibt es heute zwei Tots mit Tee. Was geht Leute? Und herzlich willkommen zum neuen Video von uns beiden. Für uns gibt es jetzt erstmal Frühstück, jeweils zwei Toast und einen Tee. Ganz viele Kalorien, weil es gleich schon ins Training geht. Wir wollen ja nicht im Training verdauen. Wie viel zu haben wir essen und dann geht es ins Training. Push-Training steht an. Das erste, was ich jetzt noch vor dem Training mache, ist, wie man einen Gallon voll machen. Vor dem Training achte ich immer darauf, dass ich ungefähr ein Liter getrunken habe. Jetzt habe ich ja ungefähr 300 Milliliter durch den Tee, den ich vorhin getrunken habe. Und jetzt nochmal hier ungefähr 700 Milliliter. Dann habe ich ein Liter drin. Wenn ihr vor dem Training gut hydriert seid, habt ihr eine bessere Leistung im Training. Das muss ich jetzt auch machen. Ich habe bis jetzt nur meinen Schall getrunken. Und jetzt erstmal was. Und jetzt vor dem Training gibt es heute einen selbstgemachten Booster. Wir nehmen hier erstmal Arginin, 5 bis 6 Gramm. Kreatin immer 5 bis 7 Gramm. Zack. Beta-Ananin, 4 bis 6 Gramm. Wie mache ich das jetzt mit dem Geschmack? Ganz einfach. Ich nehme einfach Polymo-Sticks. Die gibt es auch bei Fit4 und alles, was ich gerade reingemacht habe. Zum Beispiel hier Arginin und Beta-Ananin. Kreatin gibt es auch alles bei Fit4. Mit Engels 10 spart ihr darauf 10% wieder bestellt. Und die haben manchmal richtig geile Aktionen. Was sie auch richtig geil im Sortiment haben, sind Sachen wie Proteinriegel und so Snacks mit Eiweiß. Falle ich am meisten eigentlich, weil Supplements braucht man eigentlich nicht. Das sage ich immer wieder. Aber es sind halt nice zu helfen, wenn man zu Hause gute Eiweißriegel hat, wenn man Hunger hat. Aber jetzt sage ich mal, Eiweiß braucht und nicht so viel Fett braucht, dann ist man einfach ein Eiweißriegel. Die OneBars kann ich jedem empfehlen. Checkt mal die OneBars ab, wenn ihr da bestellt. Und schreibt mir, wie ihr die findet. Weil ich finde die OneBars sind mit die besten Eiweißriegel, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Bereit fürs Training, Willi? Ich bin immer bereit. Ich habe schon mega Bock auf Push Day. Gucke, in welches Gym wir gehen. Ob wir nochmal FitX Südkreuz versuchen. Wir waren ja schon drei Mal, glaube ich. Mal schauen, ob wir uns rein scampen können oder nicht. Ich bin immer bereit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein Kalorien ab, das wäre ich auf einmal nicht gewünscht. Zack, ein bisschen Ketchup noch für den Geschmack. Gerade haben wir erstmal eine neue Folge für Engels Kitchen abgefilmt. Episode 3, habt ihr euch gesehen, kommt übernächste Woche Samstag, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, wie das hier mit der Zeit und hin und her. Auf jeden Fall haben wir bis jetzt ja kaum was gegessen, was wir gerade gegessen haben. Aber auch sehr eiweißhaltig, sprich, wir haben eigentlich unser Eiweißschul fast voll. Ja, ungefähr 150 Gramm haben wir jetzt drin. Also können wir uns gleich was schön dickes gönnen. Go, oder? Und es geht wieder essen. Ich habe schon richtig Lust, ich weiß noch nicht, wohin es geht. Die haben irgendeinen Namen gesagt, aber vielleicht kennt ihr das, wenn jemand einen Restaurant-Namen nennt, den ihr nicht kennt, wisst ihr gar nicht, was da so am Start ist. Auf jeden Fall wollten wir jetzt mal darauf eingehen, wie wir das immer machen, wenn wir schon den Tag davor, beziehungsweise morgens, wissen, dass wir abends essen gehen, auswärts essen gehen. Wir essen davor relativ fettfrei, heute haben wir noch gar kein Fett drin. Ganz genau, wir haben jetzt noch 50 Gramm Fett offen, aber wegen gestern essen wir ja 10 weniger, also 40. Dann hauen wir unser Eiweißschul relativ voll. Ja, jetzt brauchen wir noch höchstens 30 Gramm Eiweiß. Also drei Viertel haben wir drin schon. Und dann kann man sich auch ordentlich was gönnen. Ballaststoffe natürlich auch rein. Haben wir auch schon mit der einen Mahlzeit über 30 Gramm Ballaststoffe reingehauen. Und die Mikronischstoffe, die finden auch nicht viel. Die Mikronischstoffe haben wir auch mit der einen Mahlzeit reingehauen. Jetzt geht es erst mal auf den Keller, ne, Billy? Keller-Food. Mal schauen, was wir geben. Es wird ja ganz chillig hier. Aber, gibt es hier einen Platz? Leute, wir strugglen gerade. Aber auf der Kamera sieht es aus, jetzt wird das Bild ein bisschen flackern. Flackern. Flackern mit dem Nichts. Also, wenn es flackert, sorry, wenn nicht. Perfekt. Wir schauen jetzt mal, was wir bestellen. Ja, ich weiß nicht, was wir bestellen. Dankeschön. Du kannst die wirklich, Matthias? Ja, da gab es gerade mal ganz mehr, aber am Ende kamen so Schnee. Also, so. Da war nur der Partierstoff. Probier mal. Das erste hier. Das hier? Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Gute Frage, sollen wir nachgucken? Ja, gleich, Leute. Erst mal probieren. Ich wollte auch gerade gucken, wie es heißt. Tapas. Kalkula ist Kalkala ist Kalkala. Gedämpfte Vantan-Teigtasche gefüllt mit Schweinefleisch, roten Zwiebeln und Duftpilz. Mega. Das andere ist hier? Frühlingsrolle. Das andere ist lustige, hausgemachte Frühlingsrolle mit hier. Grünchenfleisch, morgen darfst du dein Gemüse bis zu Hause essen. In jedem Fall bin ich schon geboren, wo es danach geboren wurde. Danach. Du wurdest geboren, als es schon gut benannt war. Ja. Ich glaube, es ist 86. Und wie schmeckt es? Hier bei den Dingern tracken wir zum Beispiel jetzt was mit ein bisschen mehr Fett, weil man merkt direkt, dass es gut frittiert ist und deswegen lieber auf die sichere Seite, oder? Vantan-Taschnar oder Gießen? Ja, auch ein bisschen mehr Fett. Ja, wir nehmen Schweinefleisch. Aber es ist kein Thema, wir haben noch viel offen, deswegen ist sowas auch kein Ding. Außer bei der Mitte der 90er Jahre haben sie sich gemacht, was wollten sie los. 96, dann war 96. Von der ehemaligen britischen Kolonialen. Ich würde sagen, essen wir mal. War 96. Ja. Und jetzt zusätzlich nochmal extra Reis. Bauchleif, oder? Wie viele Sterne gibst du, 1 bis 10? 1 bis 10? 10 Sterne ist top, ne? 10 ist top, ja. Ich würde sagen, 2 Sterne von 10. Nein, für reingeschmacklich. Reingeschmacklich 4 von 10. Also, ich sag mal so, das Essen war gut, aber ich könnte mir das auch selber machen. Also, da war jetzt nichts besonders dran. Also, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr in ein Restaurant geht, denkt ihr euch so, boah, schmeckt das heftig, ich will das auch können. Bei dem Essen habe ich mir gedacht, ja, du kannst das. Also, ist jetzt war nichts Besonderes. Also, die Vorspeise war noch mega lecker, ne? Das könnte ich jetzt nicht, aber... Ja, genau, das war halt genau. Nur die Vorspeise jetzt. Aber die Hauptspeise war halt... Die war halt Nudeln mit ein bisschen Garnelen, eine Pfanne dazu, und dann hättest du sie auch geschafft. Also, auf jeden Fall keine Empfehlung, leider. Regi, 1 von 10. 1 von 1 war ein bisschen zu gut. 1 von 1 bis 10 direkt. Insgesamt kann ich nicht mehr als 4 geben. 1 bis 10. 4 kostet. 1 bis 10. 5. 1 bis 10. 3. 3. Ihr seht, wir sind nicht die Einzigen, die es einfach nur unverdurchschnittlich war. Keine Empfehlung. Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Und schon relativ müde, ne? Ja, es ist jetzt auch halb eins schon. Und deswegen würde ich sagen, Ben war das Video an dieser Stelle. Wie auch so. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir würden uns natürlich über einen Kommentar freuen, über ein Abo und ein Like. Falls ihr euch abonniert habt. Ganz genau. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.